Oh man, die Bandit tricken. Ja, Bandit tricken. Warte, nein, fake einfach einmal links und mach einmal rechts. Oder? Fake einfach einmal rechts und dann mach... Ja, ja, okay, komm. Nein, nein, warte, warte. Oh, ich glaube ich zu lang gebraucht. Ey Leute, warte, mach nochmal ab. So. Nein, 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 nein. Wir schießen jetzt einfach die ganze Zeit drauf. Alter, spam doch. Kannst du... Schieß dann drauf. Schieß dann. Okay, schieß. Ich glaube, das hört man. Also... Was? Was? Loll! Lies... Ah! Au! Upsi. 9000 IQ, Alter. Sorry, Os. Warum bist du aus? Ich hab den aus Versehen. Gläs, bleib hier, gläs, bleib hier! Hä? Über dir. Rechts. Rechts, rechts. Und rechts. Das ist der letzte von denen. Nice! Die haben wir das geholt, Mann. Alter, die haben sich umgebracht jetzt, ey. So, so. Einer kommt hoch, einer kommt hoch! Mann, ey. Wie ist der? Hast du ihn? Ja, Kai, das ist der letzte drin. 15 Sekunden. Er ist hinterm Tisch, glaube ich. Ey, er ist so lit! Was? Ihr Kitchendoor? Ich krieg hier nicht, Alter! Mann! Mein Spiel ist wieder hängen. Ah! Ah, wir haben gewonnen, Nico. Scheiße. Was war'n das? Was war'n das? Was war'n das? Was war'n das? Was war'n das, Digga? Hast du's? Ich hab' irgendwas. Ich seh' nix, ich seh' nix. Ich werd' getrackt von Jackal. Du ist ja drin, nicht drin, sagt was, sagt was. Bei mir, bei mir, ich brauch' Hilfe, Monty. Ja, ja, bin dabei, bin dabei. Interrogation. Interrogation. Nice. Boah, Marvin! Boah, du dreckiger Bastard, Alter. Junge. Diese Golds, Alter. Der Monty wüsste ja überhaupt nicht mehr, wie du bist. Die Golds, Mann, so ist geil. Richtig, die schwitzigen Nüsse in die Fresse gehalten, ey. Haben Sie schon versucht, an- und auszuschalten? Sorry, bitte nicht schreien. Nein. Oh, ja, Monty's down, Monty's down. Maffen, Maffen, geschickt mich. Oh nein, ich kann das nicht interrogaten. Die ist auf ne Wand. Ich töte ihn. Er ist disconnected. Er ist pusht, er ist pusht, er ist pusht. Oh mein Gott. Nice. Ist der echt disconnected? Ja. Er ist aus der Interrogation geläftet. Nee, davor noch. Ich wollte ihn ja nicht mehr interrogaten. Oh mein Gott. Ich kann jetzt töten einfach. Was? Ach Junge. Oh mein Gott. Unser Maid ist vorher gelieft? Oh mein Gott. Riecht euch den Schuss an, ihr Wichser. Was ist wrong? Kavera, Kavera, Kavera. Ihre Steps sind da. Sie war hier. Das letzte Evil Eyes bei mir im Osten. Ich höre nur, sie wird markiert. Ich drehe mich um sie so. Hallo, what the fucker? Der Schrei. Ja nichts Jungs. Schillt mal, chillt mal. Das war ein Vigil, yo. Ist wahrscheinlich nach... Ist ne Rotation. ...Java gerompt. Okay, von hinten. Oh mein Gott, Leute. Ist er schon durch? Oh, Marvin. Oh, Marvin. Oh, das war... Mein Feet-Temp oben. Flashbang. Der geht's ja richtig ab. Ich bin in 3 Legions getreten. Ich bleib einfach einfach stehen. Hilfe! Stairs, Stairs! Warum hält keiner die Stairs? Hab ich ja, aber der ist vorbei. Boah, der Jinger hat richtig aufgerollt. Good job, Jinger. Ich guck, Meeting. Nein! Ich hab mich trotzdem. Durch dich durch. Meeting, Meeting. Oh, hab ich Unlucky-Tamen. Alter, Leute. Mirror wahrscheinlich hinterm Window, oder? Ne, ne, da war Kajit. Ist genaded, da war keiner. Sie ist richtig low, sie ist richtig low. Hinter Mirror jetzt, hinter Mirror. Einfach Diffuser-Verteidigung von der Luke. Ist das in Ordnung? Okay. Nice. Alter, ich hab einen durch Marvels Körper durchgetötet. Oh, man. Das war ein Hedge. Das war ein Hedge. Okay. Hulig, 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 hulig. Hat der denn Diffuser? Ne Ahnung. Ja. Ist ja auch. Hä? Was? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Wollte, konnte. Er kam da nicht durch. Oh, man. Hä? Das sah aber grad so aus. Nein, nein, nein. Das sah grad so aus, als wäre sein Testatune nicht mehr gegangen. Oder er konnte nicht mehr laufen. Das sah irgendwie nicht ungewöhnlich. Nein, er wollte da durch. Und da war so ein Holzstück. Ja, und da war, ich glaube, weil es Zeit zu... Zu wenig Zeit war. Da hat er mich auch gehört von hinten. Keine Ahnung. Oh, man. Hier, hier, hier. In der Garage. Ich dachte, das wäre ein Mate, weil du nichts gesagt hast, Alter. Ich hab's doch nicht gesehen. What the fuck? Hat jemand einen Smognade? Oh, hi Marvin. Nein. Let's hit the mirror. Let's hit the mirror. Let's hit the mirror. Hat keine Gas-Kanister mehr. Ich plant hinter Yannis. Chill. Ja, er peek langsam. Egal, er kann nichts machen. Er ist immer noch auf der Rüge. Bleibt so stehen. Okay, nice. Was ist das? Die kommen... Die Leute kommen nicht mehr durch. Nein, aber Dimas' Granate ist nicht explodiert. Die ist einfach weitergerollt. Ja, geil. Ich glaube, das war so Callout-mäßig der größte Chaos gerade. Ja. Das war echt schlimm. Das war echt pures Chaos. Was so serious? Oh, schade. Mann ey. Dieser Dreckswaffe. Diese UMP ist so ne Hohenwaffe. Der kommt doch rein. Hä? Junge, was für ne Schlange. Hast du den Blackfield gesehen? Oh! Oh! Das war 9000 IQ, Alter. Deswegen. Weil die da rückwärts hoch gehen. Weil die nach oben gucken, weißt du? Kommt irgendwer mit? Kommt. Kann ich. Kann ich. Kann ich. Wollen wir echt das machen? Die sind schon längst drin. Ich hab ein Schampel schon. Oh mein Gott. Die haben wir selber reingedacht. Zugriff. 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 Ich scannei. Ich scannei. Ich scannei. Chill. Du bist laut. Okay. Link, links, links. Komm, 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 komm. Das ist ne Claymo. Das ist ne Claymo. Das ist ne Claymo. Ja. Das war dumm. Der Zugriff. Alter, wie schnell. Holy shit. Kommt einer mit? Ja, okay. Der Jack will save you. Das war glaube ich Jacken, oder? Ja. Ja. Ist auf Yellow. Und das Yellow ist das? Ja. Hehehe. Äh, jawoo. Oh Gott. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich hingeguckt. Oh, ich hab mich so erschrocken gesniped. Und noch ne Ash. Ja, rechts was? Ja, rechts Kev. Kev, rechts. Die Splenatius. Ich kommst du dir. Nice. Äh. Sorry. Du hast mich voll erschrocken. Ein Verteidiger, der sich ein Skylight runterseilt. Ich dachte du springst da runter hier. Digga, was? Ohne Scheiß, Digga. Ich bin so fast. Ich dachte du springst hier die Reling runter. Ich hab das Gefühl, jetzt piekt einer von links Marvin. Da oben links in ner Ecke. Überm Schrank. Oben links Marvin. Wer durchgehend gepinkt hat. Da war in einem kleinen. Links in dem blauen. Ich weiß. Da oben. Jetzt prepare die Welt weg. Was ist das? Ich wusste es. Nice. Jetzt ist es glaube ich in dem Container gewesen, oder so. Oh. Das wächst. Vielleicht dreht ganz ab. Oh. Oh sieh das. Oh sieh das. Oh sieben sieben sieben. Was ist mit euch los alter. Junge kaum hört Marvin mal auf meine Calls. Ähm. Der drohend. Oben am Skylight. Oh hier ist der Luft. Oh hier ist der Luft. Nico nein nein der ist runden. Genau. 15 Sekunden. Kommt wahrscheinlich vom Gang. Er muss rein und. Nice. Nice. Hab ich hier irgendwo ein Evil Eye? Ja. Da muss alles auf dem Objective her. Äh. Einmal mit Jäger MVP und ich hab den Elite Skin nicht an. Geil. Das ist eh viel geiler. Ich find den Skull auch so cool. Auf Wiedersehen.